Anke Huber, auf dem Weg zur Arbeit. Was ist dir wichtig? Ich muss vor allem locker und unbelastet ins Match gehen. Deshalb mache ich vor allem ein leichtes Trainingsprogramm. Bisschen Laufen, leichtes Stretching und lockeres Schlagtraining. Und dann esse ich noch eine Kleinigkeit. Natürlich, was das leicht schmeckt und nicht belastet, wie die Milchschnitte. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Aus Weizenmehl, Butter, Zucker, Honig und vor allem Milch. So, jetzt kann's losgehen. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit.